Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen. Jetzt habe ich genau das Richtige, was Sie brauchen, speziell zu dieser Jahreszeit. Denn jetzt stelle ich Ihnen unseren ultraflach zusammenfaltbaren Klappgrill vor. Ob spontaner Grillabend am Strand, zünftige Fete am Baggersee oder gemütliches Beisammensein auf dem Campingplatz oder im Garten. Mit diesem super praktischen, kompakten Klappgrill sind Sie nun stets bestens gerüstet, wenn Sie unbändiger Heißhunger auf leckere, saftige Steaks, auf knackige Würstchen oder schön saftig gegrilltes Gemüse überkommt. Genießen Sie jetzt überall echtes Grillvergnügen und zwar mit richtiger Holzkohleglut. Auch auf Picknickausflügen, bei Wanderungen oder bei Fahrradtouren müssen Sie fortan nicht mehr auf dieses leckere Sommervergnügen verzichten. Grillen macht einfach Spaß und schmeckt gerade in geselliger Runde nochmal doppelt so gut. Binnen Sekunden und mit nur wenigen Handgriffen ist Ihre clevere Grillstelle aufgebaut und ebenso schnell auch wieder platzsparend zusammengeklappt. Und so verstauen Sie ihn problemlos auch auf kleinstem Raum. Selbst im Rucksack findet dieser praktische und stabile Freizeitbegleiter bequem Platz oder deponieren Sie den Grill doch einfach in Ihrem Auto. Jetzt haben wir viel gehört und sicherlich auch das ein oder andere gesehen. Jetzt möchte ich Ihnen wirklich mal zeigen, was das heißt oder wie einfach es tatsächlich geht, diesen Grill auseinander zu klappen. Ich nehme mir einfach beide Griffe, ziehe kurz dran, wups, sorge dafür, dass er einen stabilen Halt findet. Dann kommt natürlich auch noch das speziell veredelte Rost obendrauf und schon kann es losgehen. Bitte vergessen Sie die Grillkohle nicht, denn ohne Glut wird das wahrscheinlich nichts mit dem Grill gut. So einfach funktioniert das und wenn Sie ihn wieder zusammenklappen möchten, ist auch das kein Thema. Bitte warten Sie, bis er ausgekühlt ist zu Ihrer eigenen Sicherheit. Und so platzsparend haben Sie den guten Grill doch wirklich jetzt überall dabei. Entweder mal eben schnell in der Picknicktasche oder auch mal ganz lockerflockig hinten im Kofferraum Ihres Autos. Wenn Sie grillen möchten, werden Sie jetzt immer den passenden Grill parat haben. Wenn Sie diesen Artikel übrigens interessant finden und vielleicht weitere tolle Grillideen oder auch Artikel aus anderen Produktgruppen kennenlernen möchten, dann schalten Sie doch einfach mal in unseren Fernsehsender rein. Sie finden uns natürlich in den Kabelnetzen, Sie finden uns natürlich auch über Satellit und Sie finden uns natürlich auch im Internet mit unserem Livestream unter www.poll.tv. Ganz viel Vergnügen mit Ihrem neuen Klappgrill. Vielen Dank. Vielen Dank.